1.490 sind wir gerade aktuell angelangt wir haben noch zehn folgen bis zu 1.500 also jetzt am neuen quasi wunderschön das ist echt cool wir machen das mal so wir fliegen mal hier mit runter machen mal hier so ein dicks genau setzen hier mal so eine ender chest hin mit einer leeren schalker box schmeißen die mal runter weil wir hatten mal vor ein paar folgen gesagt wir wollen mal gucken was bei unseren dicks da abgeht so ne und was geht so bei unseren farmen und so ab das ist halt so ein bisschen schwierig 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 und da müssen wir halt mal vorbeigehen weil ansonsten wird das nix zuallererst gucken wir jetzt noch mal kurz hier vorbei ja gut hier ist natürlich nichts gewachsen aber da hat er dir natürlich auch noch ein bisschen was zum weg pusten das ist doch okay das sind sechs stück drin hier unten drin haben wir noch ein bisschen was zum aufbauen und genau das gut das läuft schön voll der cobblestone ist auch ja der ist sicher leer das ist halt so gewann nicht ändern und hier sind wir auch gerade am voll laufen ja wo sind wir hier gut wir haben ja natürlich reise merko da das heißt wir haben gut natürlich da wir produzieren tatsächlich sogar ja bis danach das ist gut das soll ja so sein was ist das hier so das passt tatsächlich so habe es irgendwie was weggesprengt wo da hat sich was weggesprengt das ist komisch haben wir hier irgendwie ein doch haben wir aber wir können tatsächlich die cobblestone einfach mal irgendwo ran das anders haltung die wir jetzt halt eingesammelt haben und zwar einfach hier mit rein wir müssen nämlich sowieso irgendwann mal auf seite legen das gut fragt du gerade warum das so ein bisschen so duft kaputt gegangen ist wahrscheinlich weil wir irgendwann mal aus den trunks ausgelaufen sind und sich der spieler gesagt hat nö das machen wir jetzt ja das haben wir an items wir haben 740.000 items nicht schlecht also schon so bald bei der million so dann können wir jetzt nämlich zuallererst hier runter gehen und wir gehen wir kurz ja auch also die müsste dann theoretisch gesehen das ist so können wir nicht ändern der hier wahrscheinlich genau gleich der wahrscheinlich genau gleich genau das ist kaputt das ist kaputt dieses ist ein bisschen ein bisschen komisch warum ist ja schon wieder kaputt das heißt hier ist jetzt auch sehr viel raus oder haben wir das mal gucken das ist halt ein bisschen wir doch komm jetzt dürfte da nichts mehr ran das heißt wir haben jetzt sehr viel hier weil das nicht funktioniert ja mal der wird davon ablesen hat ist ein bisschen doof weder tun weh fehler tun weh das heißt sie müssen wir erstmal beseitigen das müssen wir erstmal beseitigen und warum macht er jetzt hier so doof spirenzien aber weil der jetzt da geht er muss da wieder voll laufen das ist natürlich klar das ist natürlich klar zack zack so jetzt dürfte eigentlich alles gehen aber das ergibt doch gar keinen sinn doch das ergibt denn wenn das mein kart nämlich länger weg ist dann pustet er nach das ergibt schon irgendwo sinn da werden wir die jetzt mal mit dem wir gucken mal die andere seite an ob die so funktioniert wie sie soll hier ist natürlich der muss ich natürlich voll ballern der auch und wir gucken dann haben wir da wohl überall ein bisschen verlust gemacht ich glaube das wollen wir nicht so ja wobei sie haben wir noch nicht so viel wobei gut der verlust der zeigt sich ja jetzt erst jetzt indem wir den gewinn hier sehen ja da haben 96 96 im vergleich zu quasi knapp 2 also 76 verlust ja da können wir nicht ändern das können wir nicht ändern das ist irgendwo ein minecart dauerhaft am park nö das heißt wir könnten auch hier mal die energy system nehmen 1 2 3 4 5 6 somit kann das einfach raus schweißen zack 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 zumindest zack 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 nächste schalker box und so eine von dem was das ist die sick touch also nehmen wir auch die sick touch zum diese folge ist ja ein bisschen text die also naja der welt erwartet der war noch nicht voll wunderschön die können auch noch hier rein das passt wieder nicht das passt wieder nicht da können wir noch mal eine schalker box hinsetzen und weißen die letzten da rein können jetzt einfach alles mitnehmen wunderbar und zack nach oben und zack nach oben und zack nach oben und zu uns ins lager damit ja 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 ich auch das doch hier müsste doch mittlerweile auch sogar noch 42 421 die wir theopraktisch gesehen lernen müssen so hier ist leer leer und alle voll dies bedeutet geschmeißen dass man so rein das so dass so und denn von der anderen seite da haben wir jetzt nämlich alle items hoch dass mich da raus ich will damit nichts zu tun haben schon wieder drei stück wunderschön sehr gut das heißt das haben wir schon mal gemacht dann planen wir nächste folge weiter oben auf diesem dach da wo wir also das ist ja nicht das das kontrast nicht da weiter geht schalt da wieder ein bis denn tschau weiter